Ich hab nie viel drüber nachgedacht. Darüber, was ich brauch, damit ich win. Franz, kannst du uns vielleicht ein bisschen was über deine Abfahrtstrategie erzählen? Eine Zeit vorlegen, an der die anderen was zu kiefeln haben. Na, schau da russi. Schau da fort, die absolute Ideallinie. Und so, so musst du fahren, Franz. Nirgends hab ich mehr Ruhe gewaust. Das ist alles verrückt, der Eva. Der Klammer, Franzi! Es ist Olympia-Burschen. Die nächsten paar Tagen sind die wichtigsten eures Lebens. Konzentration! Burschen, die neuen Anzüge, sind ein Hammer, oder? Morgen gilt's. Sieger kurbeln die Ski-Industrie an. Und von der leben in Österreich mehr als eine Million Menschen. Hast du das gewusst? Ich kann ja nicht direkt vom wichtigsten Rennen in meinem Leben einen komplett neuen Ski nehmen. Du fährst einen Fischer, Franz. Vergiss das nicht. Deine Leidenschaft hat mir imponiert. Deine Freude fürs Skifahren. Der Wurst ist auf der vierten Erste. Das kann der Franz nicht mehr gewinnen. Das schneller zu fahren ist nicht möglich. Gehen Glück kann man nicht kringern. Ich zeige Ihnen alle in den Auspuff. Das gibt's ja nicht. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Nicht hoffen. Nicht wollen. Wissen.